Einen feuchtschrölichen guten Tag zu einer neuen Runde Jump Learue Jaaa Sagt er wieder, ist jetzt das immer schon gegeben, ach Ich sollte jetzt eine Anfrage von Tryjump nachhauen, wie die gesagt hat von mir Wer geht's? Also heute Jump League, kein Tryjump, also wir sind hier wieder in der alten Schule Jump League ist halt geiler, oh Hatewelle Also es ist schwerer, das können wir ruhig festhalten, denke ich Aber, anspruchsvoller Bei Tryjump ist ja nur das letzte Modul schwer, sonst viel zu schwer Das ist meiner Meinung, mehr Glück, das finde ich ein bisschen schade eigentlich Mehr Glück ist halt verstanden Bei Tryjump finde ich es einfach, aha Wer mal ein paar mal Pech hat und scheiße gesprungen ist und dann Ja was heißt Parabase? Muss halt skillig sein Wie der Skiller Ja gut, ich meine manchmal gibt es auch den Bug, dass man da einfach so steht, dann will man loslaufen Also gerade wie er neu gespawnt ist, dann läuft man los und dann bug das noch so rum Dann fällt man einfach wieder runter Ja gut, Heimo, also so geht's jetzt nicht Ist auch egal, wir sollten denk ich mal nicht über den alten Server reden, sondern hier über Jump League Agua beziehungsweise mc.pleminity.com, ne, Freunde Würde ich auch mal vorschlagen Boah, Alter, ich beherrsche aber noch den 4er Jump Technic wie ein King, ey Das ist echt unglaublich eigentlich Also ich nicht, hab die auch nie beigebracht, perfekt Doch hast du und du hast es nicht angenommen Du wolltest es nicht, du wolltest es nie, mein Freund Und das ist lächerlich, das nehme ich dir heute noch übel Ja, aber ernsthaft, Alter, was ist das für ein Schmerz? Was ist das für eine Scheiße? Ich bin auf dem Goldblock gewesen, ne, von Äh, äh, Schwierigkeit 3 Ne, war ich fertig War dann auf dem Goldblock am Ende und der hat das irgendwie nicht genommen Alter, ich fall die ganze Zeit runter Belegen Ausredentimer Belegen Ausredentimer Wirklich? Ich hab das, ich bin sogar zweimal extra drauf gegangen nochmal Warte, ich brenne Auf wen? Ah, ich hab so viele, die kann ich nicht alle aufzählen So, jetzt Ey, lol, bei mir war Modul 3 auch einfach komplett verpackt Ja, ja, weil Jump League ja auch so viele Bugs hat Niemals, niemals Das findest du nur bei Bergwerklabs Hallo Ja, stimmt, aber wir hatten echt einen Bug War ein bisschen ärgerlich Schaut euch die Folge an, die heißt, wieso Herr Bergmann Die wurde jetzt hier eingeblendet Ah, ne, 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 stopp Zu viel Arbeit Nee Nee Nee, warum, bei Youtube kann man doch einblenden machen Ja, kannst du ja machen Ja, zu viel Arbeit Ja, zu viel Arbeit Ja, Eisenachs Ja, jetzt, warte, ich hab noch keinen Steinscher Ich hab auch noch keinen Steinscher Beziehungsweise Nein, das ist der erste Fail Als Ob Achso Was geht bei dir? Loll Du hast dir aber richtig viel Zeit gelassen, oder? Sonst wärst du ja vor mir Ja, die ganze Zeit vor dir Wenn du mal eine Milliarde fällst Aber bei mir ist das natürlich Standard Ah, ja, du bist ja vor mir Hey, lol, du bist ja Du bist ja richtig Nice, Alter Nice, Steinschwert Niceer Dude Du gehst ja richtig ab Wie Das ist das Steinschwert Jungs Fritz ist Katze Okay Dieses Modul kenn ich nicht, schade Ah, doch Ich kenn's doch Ich hab verkackt Du meinst wohl wie Fischer als Fritze Wie Wie Fischer als Fritze Wie Fischer als Fritze Alter, ich bin der inkompetenteste Mensch der Welt Konzentrier dich, Willi Konzentrier dich, bitte Alter, ich... Ich... Alter, er nimmt das schon wieder nicht Nee, er nimmt es nicht The Lions B Qualmø H Fritz regard Und jetzt sind der Nein, das ist doch nicht wahr Toll, jetzt kann ich Wieder das Ganze Oh ja ein Geräusch hören Ja alter Da können wir alle neu machen uner Willi Ja Alter, jetzt kann ich Alles neu machen Da ist er wieder Alter, nee Ich hör gleich auf zu spielen Ich weine kinders also die drei eisenhose schon mal ist alter ich raste gleich aus drei drei fast die drei besten drei minuten fünf waren wir glaube ich normalerweise fertig als schwach geworden bei modus 6 nach dem schiff muss man einfach durch springen und so lange her auf geht's ich bin nun und feier und feier ich gebe die ort schaut du guckst das immer ich habe jetzt ein eisenshirt auf die inkompetenz ein eisenshirt vor allem eisenachs nein auch bitte wieso bist du so behindert ich habe ein eisen übrigens hat jemand ein eisen ich habe nur drei gold ich bleibe ruhig ich bleibe ruhig ich schaffe mich wieder ein alter bin ich zu behindert aber wir sind alle ziemlich na 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 muss ich sagen alter es sind ja für dich ich weiß gar nicht warum ich besser bin als wenn ich weil ich gerade schlecht ja ich auch wenn du das sagst ich auch dann machst du mich richtig runter also bitte unterlass das nö lol ich hab zwei eisen jetzt auf nee niemals hast du ein eisenshirt hey dann zerstören wir ja einfach das ist einfach nur scheiße ja wir werden die runde sowas machen NEIN hast du denn einen stick und einen crafting table crafting table habe ich stick nicht aber einer von euch wird einen stick haben ich habe sogar zwei ich habe noch einer aber ich weiß doch damals die runde mit dem dia schwert das war noch zeiten alter im moment bin ich auf fire im moment ist das äh knochen wieder da ja ja irgendwie ist das die ganze zeit ja leute ist das jetzt nur jetzt grad da das entschuldigen übungen ist auch neunte sekund ich will mal modul 10 lol ich hab auch zwei eisenschwerter was äh also zwei eisenschwerter nein ich hab zwei äh eisen für ein eisenschwert NEIN 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 ich kann nicht mehr finishen alter ich bin noch modul 9 LOL egal ich hab noch modul 9 in die kiste geholt na jetzt hab ich einfach nur scheiße eigentlich ich hab mich halt überhaupt nicht gekippt das heißt ich kann direkt drauf gehen wo seid ihr ich bin an der fahne ach das mitteltreffen alter ich bin ich hab ja übelst krasses ok komm komm geh mal zurück ja das war die junge wir haben zwei eisen äh zwei eisenschwerter guys wo seid ihr wo seid ihr hallo leute auf die fahne auf die fahne ok da was ist das für eine fahne gib stick ich hab stick verfolgen uns welche jetzt mal zurück ja gib trotzdem stick alter ich werd gefokust ich muss kämpfen alter ich sterbe noch einer noch einer ich geh drauf ich bin nach oben auf der fahne ich bin tot alter die haben mich zu zip gefokust ich komm zur fahne ich komm zur fahne 24 leute haben mich gegen mich gekämpft das noch einer klar 32 menschen haben einfach mich destroyed ich werd zerfickt alter fucken ja ja wie die einfach alle bei der fahne sind lass mal weggehen hier alter wie die mich zerstören im pvp ja ich hab einen jungen wagen weg ja ich werd schon wieder ja das ist echt ein inkompetentes stück nein das ist ja gar nicht mehr auf er der fahrer komm du bist doch da halt du bist doch gleich da und ich spür's doch ja ha 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 ja jetzt ist sie einfach zu dritt gegen mich was ist los ja lauf weg lauf weg nein Nein, Kinnas, Kinnas, kommst du zur Fahne? Ich bin immer am selben Scheißplatz. Fahne ist leer bei mir. Fahne, ich bin Fahne. Okay. Ich komm nicht hoch. Ich muss andere Seite hoch. Killer, kommst du zur Fahne? Pass auf noch, Junge, du bist offline. Ich war gerade im Eventar. Lauf weg, lauf weg. Hab ihn. Alter, was los Junge. Kommst du zur Fahne, Teilkiller? Nein. Wir müssen versuchen die Fahne. Dann kann ich dir deinen Scheiß Stick geben. Ja, die sind doch alle da auf dem Weg. Hier ist keiner bei der Fahne. Ich komm mal ran, ist sie. Siehst du? Da seh ich ihn doch schon. Komm von hinten, pass auf. Hier. Ich hab dir gegeben. Komm von hinten. Ey, lol. Den hab ich, den hab ich, ist der shirt. Hast du meine Sachen aufgehoben? Der springt. Ja, ich kräfte jetzt. Loil. Einfach getroffen. Alter, ich hab nämlich was im Bogen. Ich hab Eisenschwert. So. Scheiße. Wies, Alter. Wies. Wo hast du einen Stick? Hä? Ich hab einen. Sam hat einen für dich. Hey, ich hab doch ein Eisenschwert. Stick. Ja gut. Was läuft? Wer hätt's ja richtig zerstören können. Ach so. Ich hab ja noch zwei leben. Wollte nur zwei Bögen, ey. Ja, zwei Zeitstücke. Kann ich mir einen Bogen machen. Lass mal fahren halten jetzt erstmal. Ey, lass drauf gehen, oder? Ich mein, wir haben Eisenschwert oder drei Spieler. Also eigentlich müssen wir ziemlich regnen. Ich mein, ihr beide habt Eisenschwert. In die Dingsreine, ja. In die Metze. Jetzt werden wir abgestoppt. Ja. Ist du da? Okay. Kommentieren und... Gleichmaß. Na, da kommt schon einer. Ich bin so zerstört. Ah, du hast mich geht drin. Fuck, ich trage mich. Ah. Den, den da. Den da hin. Nein. Alter, der kill mich auch? Was? Ich bin im Bett. Hä? Ich bin down. Ja. Ja. Er hat einfach... Ich bin mir einfach schlecht. Hä, wieso hat er denn so viel ausgehalten? Das wäre völlig krank. Okay. Jetzt kommt die Challenge. Wie bald. Alleine. Gegen Tausende. Mit dieser einmal weiter seine Intro. Vor allem war er das noch weiter auf dem Kanal hier, oder? Weiß ich nicht. War das doch? Doch war glaube ich. Leute, den haben wir den jetzt. zerstört mich so viel aus nein aber der andere hält übelst viel aus ich verstehe das nicht ich habe ein pferd ich habe sonst gedacht weil ich damals übrigens gesuchtet habe naja dann danke fürs zuschauen meine lieben kinos machte machte tut und tschüss bis zum nächsten mal